Moin Moin! Ihr seid hier auf dem Channel von The Tyson Fitness. Ich bin aber nicht Tyson und das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, sondern ich habe einen eigenen Youtube Channel, Mi vs Gravity. Ich bin Friedrich und ich bin auch Powerlifter. Momentan ein bisschen schwerer und ein bisschen aktiver als Herr Tyson. Ja, ich bin 24 Jahre alt, wiege momentan um die 100 Kilo und habe schon ein paar Wettkämpfe gemacht im BVDK und in der GDFPF und habe jetzt gerade die Landesmeisterschaft NRW gemacht. Als nächstes die Deutsche Meisterschaft vom BVDK im September ist die, glaube ich, machen. Und da schauen wir mal, was da so geht. Ich habe jetzt am letzten Wettkampf im Total 670 Kilo gemacht mit 235 Kilo Kniebeuge, 150 Kilo Bankdrücken und 285 Kilo Kreuzheben. Beim Kreuzheben ist es nicht so gut gelaufen, aber das wird auf der Deutschen deutlich verbessert. Und ja, was ich sonst so mache, ich studiere Maschinenbau in Aachen. Das hat ja Tyson auch schon mal gemacht. Ich bin jetzt im Master und schreibe gerade meine Masterarbeit, also bin auch viel da unterwegs und muss da viel machen, weil ich zum 30.09. fertig sein will, möchte, muss. Da kann man definieren, wie man will. Und ja, wenn ich das fertig habe, werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter studieren, nämlich Wirtschaftswissenschaften, werde ich auch einen Master machen. Und dann schauen wir mal, was dann so geht. Youtube wird auf jeden Fall nach der Masterarbeit dann deutlich mehr geballert. Also kommt auf meinen Kanal, guckt an, was jetzt schon abgeht und was dann abgehen wird. Und dann gehen wir mal nach. Und dann geht's mal, was dann bei dir. Ich bin jetzt mal so gehört, was dann noch ein bisschen weiter um das zu machen. Und dann geht's mal. Ich bin jetzt mal. Und dann geht's mal. Ich bin jetzt mal und dann geht's mal. Und dann geht's mal. Bis zum nächsten Mal.